UND UNS KEIN HANDELS! UND UNS KEIN HANDELS! Ich vermisse hier heute einige. Nicht euch und eure Kolleginnen und Kollegen. Ihr seid hier. Ich vermisse die ganzen Stimmen, die in den letzten Wochen eine riesige Debatte in Deutschland über den Wert der Arbeit vom Zaun gebrochen haben. Habt ihr sie gehört in den Talkshows und in den Nachrichtensendungen? Aber die Leute, die das gerufen haben, die stehen nicht an der Seite von Gewerkschaften und fordern bessere Löhne. Die sind noch nie auf so einer Kundgebung gewesen. Die haben sich letztes Jahr heldenhaft enthalten, als wir den Mindestlohn im Bundestag auf 12 Euro erhöht haben. Ob es die Schwarzen oder die Blauen im Bundestag gewesen sind. Aber Gewerkschaftsmitglieder sind schlauer. Gerechtigkeit heißt, dass Löhne hochgehen, dass die, die arbeiten, von ihrer Arbeit auch leben können. Dass wir was dagegen machen, dass 860.000 Beschäftigte aufstocken müssen im Land. Dagegen muss man den Mund aufmachen.